Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo am 12. Juni 2023. Ich hoffe, ich schaffe das Video rechtzeitig, es auch zu veröffentlichen. Ich bin mir noch nicht sicher. Aufnehmen klappt schon mal vorher. Um 10 Uhr wurde quasi der Startschuss gegeben für das Xiaomi 13 Ultra, globale Version. Endlich! Ich habe mich schon darauf gefreut, die ganzen Monate. Ich habe gehofft, dass es auf jeden Fall auch zu uns kommt. Und jetzt ist es zu uns gekommen für, sage und schreibe, 1499,90 Euro. 149 Cent. Ihr kriegt aber aktuell, ich weiß nicht wie lange noch, einen Xiaomi Fotodrucker gratis dazu im Wert von 139 Euro, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ich selbst habe in den letzten Wochen das Xiaomi 13 Ultra in der China-Version getestet und genutzt und wollte heute einfach mit euch so ein bisschen darüber reden. Und ihr seht es vielleicht eventuell und beneidet mich vielleicht auch eventuell, weil ich die Farbe am schönsten finde. Ich habe hier nämlich das weiße Modell, wo wir eine weiße, vegane Lederrückseite haben. Hier bei uns als globale Version gibt es leider Gottes nur das Xiaomi 13 Ultra in Black oder Green zu kaufen. Ich selber würde dann wahrscheinlich Grün bevorzugen, wobei Schwarz irgendwie auch seine Vorteile hat. Und ich glaube auch, vor allem in Deutschland auch sehr beliebt ist. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die schwarze Variante holt, die grüne Variante. Oder vielleicht traurig seid und lieber hier diese weiße Variante geholt hättet. Ihr seht vielleicht so ein bisschen an der Seite schon, hier gibt es so einen leichten Huckel. Das ist so ein bisschen vom Design was Besonderes, sage ich einfach mal. Das kenne ich nicht so von anderen Smartphones. Das haben sie wahrscheinlich auch gebraucht, damit der Kamerabump hier nicht noch weiter herausguckt. Der ist natürlich riesig, also auffällig vor allem. Ihr seht ihn ja. Dennoch sind hier richtig schöne Kameras verbaut. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall. Und da das Ganze mittig gehalten ist und rund, kann man hier auch ganz normal tippen auf dem Smartphone, wenn es auf dem Tisch liegt und es gibt keine Probleme. Ihr könnt auch den Fingerabdruckscanner benutzen. Der ist optisch im Übrigen relativ schnell, nicht super, super, super genau. Was auch ein bisschen an dieser kleinen Fläche liegt. Ich hätte ja ganz gern endlich mal, Vivo und Co. hatten das Ganze ja schon mal auf den Markt gebracht. Auch bei anderen Smartphones eine größere Fingerabdruckfläche unter dem Display. Ich hätte das super gern endlich mal bei den ganzen anderen Flagstürfen, auch vor allem bei Xiaomi. Aber aktuell ist es immer noch so eine kleine Fläche, wo man den Finger raufpacken kann und schwupps funktioniert das Ganze. Ihr seht ja, dass es schon gut funktioniert. Im Großen und Ganzen von den optischen Fingerabdrucksensoren mit einer von den besten auf jeden Fall. Ansonsten haben wir noch eine Gesichtseinsperrung 2D. Die funktioniert, wie sagt man, feilschnell. Sie ist super, super, super schnell. Natürlich aber nicht die allersicherste Entsperrmethode. Was hier aber anders ist, was euch vielleicht auffällt, das hier steht MIUI bei Xiaomi.eu, weil ich habe hier, wie erwähnt, die China-Version. Und das wäre ja normalerweise nur auf Englisch oder Chinesisch möglich im System. Ich habe hier aber das Ganze geflasht bekommen von Trading Shenzhen. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Dort könnt ihr euch auch das Xiaomi 13 Ultra besorgen. Ist ein bisschen günstiger und es gibt verschiedenere Varianten, die es hier in Deutschland bei der globalen Version nicht gibt. Und an sich gibt es auch keine großen Unterschiede. Außer, dass ihr das ganze flaschen müsstet, damit ihr das dann auch auf Deutsch nutzen könnt, wie ich hier. Was sogar gewisse Vorteile hat, weil ihr habt dann sozusagen die China-Rom, also mit all seinen Vorteilen, auf Deutsch. Und könnt das Ganze hier auch super nutzen. Unter anderem zum Beispiel auch diese ganzen Haustiere hier. Als Widget, wie die Katze, wenn man sie antippt und spielt sie ein bisschen mit dem Ball. Oder macht andere Sachen oder schläft. Dann kann man sie hin und wieder vielleicht auch mal aufwecken, wenn man sie antippt. Oder hier haben wir den Hund. Der macht dann auch gewisse Sachen, wenn man ihn antippt. Immer mal wieder was anderes. Ist eine kleine Spielerei, aber irgendwie ganz cool. Und auch andere Möglichkeiten habt ihr. So wie hier die Galerie-App oder auch andere System-Apps bearbeiten. Also die Symbole könnt ihr bearbeiten in der Größe. Ob das Ganze länglich sein soll, quadratisch etc. pp. Ihr seht das Ganze hier. Und ihr könnt sogar auch verschiedene Logos dazukaufen, wenn ihr das Ganze anders aussehend haben möchtet. Ich finde jetzt aber auch die Dinger nicht immer so besonders toll, die es dort zur Auswahl gibt. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Außerdem könnt ihr auch die Ordner ändern. Aber die Ordner könnt ihr auch bei der globalen MIUI-Version ändern. Hier haben wir MIUI 14 drauf. Wie erwähnt die Custom EU-ROM. Auf Basis von Android 13. Das habt ihr ja bei der globalen Version auch. Aber da eben dann die MIUI 14 Global-ROM. Wo leider Gottes das Ganze ein bisschen abgespeckt ist. Wo ein paar Features fehlen, die ich vermisse. Vor allem, wenn ich ganz gerne mal die China-ROM immer hier getestet habe. Irgendwie mit den China-Smartphones. Also mit den China-Versionen direkt aus China. Dann vermisse ich immer ganz stark so ein paar Features, die es bei der Global-ROM nicht gibt. Hier ist das Ganze vereint. Und sogar noch auf Deutsch. Von daher empfehle ich euch eigentlich immer die Version. Aber ihr müsstet dann flashen. Und viele wollen das nicht machen. Kann ich auch verstehen. Dann kann auch mal was schief gehen. Dann geht das Handy vielleicht kaputt. Dann müsstet ihr es zurückschicken. Habt anderen Stress. Ihr müsstet das Ganze anlocken. Wer weiß, ob es dann wieder Probleme mit der Garantie gibt. Und so weiter und so fort. Von daher ist es auch nicht für jeden was. Das stimmt natürlich. Ich selber finde es aber gut. Und bis jetzt hatte ich auch nie Probleme damit, meine Geräte zu flashen. Dennoch gibt es bei der China-Version einen Nachteil, was die Bänder angeht. Zum Beispiel das LTE-Band 20 fehlt hier. Das wichtige LTE-Band sozusagen hier für Deutschland. Oder auch, ich weiß gerade gar nicht, ob es noch ein paar Bänder gibt, die fehlen. Könnt ihr auf der Fernseher nachgucken. Unter der Kompatibilitätsliste steht dann da drin, welche Bänder für euren Vertrag sozusagen fehlt. Ob für Auto, Telekom, Vodafone etc. Ob das Ganze gut funktioniert oder nicht. Hier in Berlin gibt es aber gar keine Empfangsprobleme. Hier habe ich keine Probleme, auch wenn ich das LTE-Band 20 nicht drauf habe. Aber wenn ihr außerorts wohnt oder auf irgendwelchen Dörfern oder gerne mal außerorts fahrt, dann habt ihr hin und wieder natürlich Empfangsprobleme, die ihr vielleicht mit einem globalen Gerät nicht hättet. Deswegen, das müsst ihr wissen, da gibt es dann Schwierigkeiten. Wenn ihr ein bisschen Geld sparen möchtet, müsst ihr dann mit diesem Problem leben können, falls das ein Problem für euch ist. Ansonsten habt ihr aber gar keine besonderen Nachteile gegenüber der Global-Variante, außer dass in der Verpackung hier noch ein China-Netzteil ist. Ihr bräuchtet einen EU-Adapter oder ein deutsches Netzteil, welches ihr vielleicht eh schon zu Hause habt. Ihr könnt das Ganze mit 90 Watt Kabel gebunden aufladen oder 50 Watt Kabel los. Das geht schön schnell, 5000 mAh großer Akku ist hier drin und ich habe natürlich auch den Battery-Test durchlaufen lassen. Ich gucke mal gerade ganz kurz unter all diesen 1000 Fotos, die ich hier gemacht habe, ob wir auch noch schnell das hier finden. Zu den Benchmark-Werten, Performance-mäßig komme ich gleich noch, aber jetzt erstmal zu dem Battery-Test. Fangen wir doch am besten damit an, obwohl ich, glaube ich, noch nie so früh mit dem Akkutest angefangen habe. Ich bin positiv überrascht. Und jetzt hier bei meinem Samsung Galaxy S22 Ultra, ich bin wirklich am überlegen, zum Xiaomi 13 Ultra zu wechseln. Ich bin da sogar noch am überlegen, ob ich vielleicht sogar die China-Version mir gönnen möchte, anstatt 1500 Euro für die globale Variante zu holen, wenn die nicht eh schon wieder ausverkauft ist, weil die haben wieder nicht so eine Riesenstückzahl wohl. Ich glaube, mehr als damals noch beim Xiaomi 11 Ultra, aber auch vielleicht nicht allzu viele. Ich bin gespannt, wie viele Tage es dauert, ob das Ganze ausverkauft ist oder ob es jetzt schon ausverkauft ist. Ihr könnt es mir gerne unten in den Kommentaren verraten, wenn ihr möchtet. Beim PC Mark Work 3.0 Battery Test kam ich auf 13 Stunden oder das Gerät auf 13 Stunden und 33 Minuten bei aber voller Auflösung. Also WQHD+. Wir haben hier nämlich eine WQHD-Plus-Auflösung beim Display und 120 Hertz Bildwiederholrate. Alles einfach aufs Maximum gestellt. 13 Stunden, damit kommt man trotzdem noch über den Tag wenigstens. Das kann man dann auch mit den höchsten Auflösungen schaffen, sofern man jetzt nicht die ganze Zeit zockt natürlich. Das zieht ganz schön am Akku. Aber man kann es schaffen, den ganzen Tag damit durchzuziehen, ohne einmal aufladen zu müssen, was aber auch relativ schnell geht. Wobei es natürlich auch andere Xiaomi-Modelle oder auch andere Hersteller gibt, die nochmal ein bisschen mehr können. 120 Watt oder sogar noch mehr beim kabelgebundenen Laden, das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Aber dafür haben wir jetzt hier einen USB-C 3.2-Anschluss. Schnelle Datenübertragung ist jetzt endlich möglich. Ich glaube, zehnmal schneller als USB-C 2.0. Und Xiaomi setzt ja schon immer auf USB-C 2.0, obwohl alle seit Jahren jetzt schon auf USB-C 3.2 gegangen sind. Und endlich hat Xiaomi es auch geschafft, bei so einem teuren Smartphone auch den Sprung zu wagen. Finde ich komplett richtig, weil bei 1500 Euro muss man auf die Kleinigkeiten achten im direkten Vergleich. Und das haben wir natürlich alle hier auch getan. Und da gibt es einen Punkt, der schon mal nicht so ärgerlich ist. Kommen wir aber zurück zum Battery-Test. Wie gesagt, 13 Stunden und 33 Minuten, aber jetzt kommt das Beeindruckende, was ich wirklich cool fand. Ich habe dann einfach mal alles runtergeschraubt, so weit wie möglich. Ich kann es euch mal zeigen. Hier in den Einstellungen kann man nämlich auch auf Bildschirm gehen, dann auf Bildschirmauflösung und das Ganze auf Full HD Plus runterregen. Was vollkommen ausreicht, auch bei dieser Displaygröße von 6,67 Zoll, glaube ich. Nee, 6,73 Zoll sogar. LTPO-Technologie. Wir haben eine dynamische Auswahl, wenn ich es so nennen darf, zwischen 1 und 120 Hertz hier. Wir haben 2600 Nits maximal. Ich glaube aber auch nur im Sonnenmodus wahrscheinlich. Dennoch, auch wenn ich im Automatikmodus war, draußen hatte ich nie Probleme, das Display abzulesen. Man merkt wirklich, dass das Ganze nochmal ein bisschen heller ist als so die üblichen Displays. Habe ich es vorhin überhaupt zu Ende gebracht beim Thema Samsung? Ich glaube nicht. Meinen Samsung Galaxy S22 Ultra habe ich jetzt seit zwei Jahren, ein Jahr. Und da hat der Akku jetzt Megaprobleme. Ich bin sehr enttäuscht, dass nach einem Jahr ungefähr sozusagen schon der Akku einfach mal nachlässt. Ich muss das Smartphone jetzt meistens, also eigentlich jeden Tag mindestens einmal zwischenladen, damit ich komplett über den Tag komme. Und hier können wir das Ganze runterregeln, auch auf die Aktualisierungsrate 60 Hertz gehen. Also das Niedrigste, was möglich ist, was auch gar nicht so krass auffällt. Natürlich ist das Ganze ein bisschen weniger flüssig. Ihr kennt das Spiel. Aber wenn wir jetzt den Battery-Test nochmal durchlaufen lassen, dann komme ich hier oder das Gerät auf, sage und schreibe, 17 Stunden und 42 Minuten. Also wenn wir auf Full HD Plus gehen, was ausreicht als Auflösung, auch bei der Größe, wo man jetzt nicht irgendwie krasse Pixel oder so sieht, dann kommen wir mit diesem Smartphone oder die meisten von euch wahrscheinlich auf anderthalb Tage, wenn nicht sogar vielleicht sogar zwei Tage. Jetzt möchte ich aber so ein bisschen auch mal über die Performance mit euch reden. Und zwar hat das Xiaomi 13 Ultra ein Snapdragon 8 Gen 2 SoC. Also den neuesten SoC, den es aktuell gibt, es gibt immer mehr Gerüchte zum Gen 3 sozusagen, zur dritten Generation, wird auch bald auf den Markt kommen. Aber aktuell ist noch die zweite Generation der beste SoC von Qualcomm, den es auf dem Markt gibt. Und das merkt man auch. Wir können nochmal ganz kurz die Benchmark-Werte jetzt angucken. Und zwar beim Geekbench 6 Benchmark, wer vergleichen möchte, 2013 Punkte im Single-Core und 5554 Punkte im Multicore. Und dann beim PC-Mark-Performance-Test haben wir 14.087 Punkte. Hier spielt ja auch so ein bisschen noch der Arbeitsspeicher mit und der interne Speicher. Wir haben UFS 4.0 internen Speicher, schnellen. Wir haben global, ich müsste mal ganz kurz im Internet gucken, das mache ich einfach mal jetzt hier auf die Schnelle. Wir haben bei der globalen Variante nur eine Ausführung, also 12 GB mit 512 GB internen Speicher. Andere Varianten könnt ihr nicht wählen, bei Training schon sehen, gibt es noch andere Varianten. Könnt ihr euch, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung angucken, da verlinke ich jedes Modell. Wir haben aber nicht nur den schnellen UFS 4.0 internen Speicher, den schnellsten, sondern wir haben auch den schnellsten RAM und zwar LPDDR 5X haben wir hier verbaut. Wir haben ein Curved-Display zu den Seiten hin, das habe ich noch gar nicht erwähnt beim Thema Display. Wir haben oben eine Punch-Roll, die jetzt aber auch nicht zu groß ist, aber auch nicht zu klein ist, wo die Frontkamera drin steckt, mit der wir leider Gottes nur 1080p, 60fps Videos maximal aufnehmen können. Dazu sage ich nachher auch gleich nochmal was, weil ich habe natürlich mit der Frontkamera auch ein Video aufgenommen und ihr hört den Ton auch. Ansonsten haben wir einen relativ gleichmäßigen Rahmen, finde ich, einen schönen schmalen Rahmen. Das Curved-Display ist auch nur leicht gecurved an den Seiten, ist jetzt nicht allzu stark. Wir haben auf der Rückseite eine, ich glaube das ist auch so eine Nanotechnologie, wo angeblich 99% weniger Bakterien drauf sein sollen als auf den anderen Rückseiten. Also mir gefällt die Rückseite auch wirklich sehr gut, hier fasst sich auch super an, dieses vegane Leder und man hat halt einfach gar keine Fingerabdrücke. Das ist perfekt, das stört einen ja immer bei den ganzen anderen Smartphones und wir haben zu den Seiten hin aber auch dann, ja dann hört einfach das vegane Leder auf und dann haben wir hier den Rahmen. Das seht ihr, ist auch ein bisschen anders, als man das so von anderen Smartphones kennt, aber ich finde es schön. Also mir gefällt es irgendwie, irgendwie wirkt dann die Rückseite so ein bisschen schmaler dadurch und dann fängt schon der Rahmen an. Es ist was anderes, aber mir gefällt es, ist aber auch Geschmackssache. Wir haben bei dem Kamerabump auch ganz groß Leica draufstehen, was daran liegt, dass Leica hier wieder mitgemischt hat. Und zu den Kameras und zu den Fotos kommen wir aber gleich nochmal in Ruhe. Wir haben beim Metallrahmen oben einen Lautsprecher und unten einen Lautsprecher, der untere Lautsprecher ist aber lauter und voller und besser als der obere. Insgesamt sind Lautsprecher jetzt aber auch nicht die besten Lautsprecher, da habe ich auch schon mal bessere Lautsprecher gehabt. Dennoch reicht es vollkommen aus zum YouTube-Videos gucken und vielleicht auch mal ein bisschen Radio hören oder Musik hören zwischendurch. Insgesamt, ohne das Fazit jetzt schon mal komplett anzufangen, aber ich finde 1500 Euro trotzdem ein bisschen zu viel. Da fehlt mir zum Beispiel auch die Update-Politik, also die Sicherheit bei der Update-Politik, dass man sagt, hey, wir hauen einfach mal fünf Jahre Updates raus, vier Jahre, drei Jahre. Wie auch immer, überhaupt irgendeine Zahl. Ich habe keine gehört, vielleicht habe ich auch was überhört. Ihr könnt mich gerne unten in den Kommentaren verbessern. Aber ich finde, bei 1500 Euro, da muss auch wenigstens noch die Update-Politik stimmen. Da muss irgendwie alles stimmen. Ich weiß aber auch nicht, ob man jetzt unbedingt warten sollte, weil ich glaube, sehr viel günstiger wird das Ganze auch nicht mehr, weil sie ja gar nicht so eine große Stückzahl hier haben. Von daher sollte man, wenn man das Smartphone haben möchte, jetzt schon zugreifen. Und ich finde das Smartphone geil und ich werde es auch stark vermissen. Und ich überlege halt wirklich, ob ich es mir vielleicht in China hole. Daher ist die Stückzahl größer oder vielleicht auch noch irgendwie an eine Global-Variante rankomme. Weil vor allem die Fotos, die Fotos haben mich mega begeistert. Ich will aber noch mal ganz kurz was zu dem Gewicht sagen und zwar 227 Gramm. Das könnt ihr euch schon vorstellen, weil es sieht ja auch schon relativ robust aus, das Smartphone. 9,06 Millimeter dick an der dicksten Stelle, soweit ich weiß. Das passt. Das sind Zahlen, die sind völlig okay. Das Xiaomi S22 Ultra beispielsweise wiegt auch um die 230 Gramm. Alles bis 230 finde ich bei solchen Top-Flaggschiff-Smartphones noch völlig im Rahmen. Wir können ja jetzt zu den Kameras mal kommen. Und zwar haben wir hier eine 32 Megapixel Frontkamera drin verbaut. Ja, die, ja meinetwegen, eigentlich hätte man auch fast darauf verzichten können. Aber ihr seht die Fotos, die sind okay. Dennoch gegen Licht fotografiert mit dem HDR-Modus. Die Kamera versucht, gute Ergebnisse zu erzielen und kriegt es irgendwie auch hin. Man sieht da wenigstens was, da sind Details erkennbar. Aber ich bin trotzdem, bei Xiaomi bin ich einfach kein Frontkamera-Fan. Da finde ich die Samsung-Frontkameras besser. Dennoch bin ich von der, früher war ich richtiger Fan von den Kameras im S22 Ultra. Jetzt bin ich, was Fotos angeht, richtiger Fan von den Kameras im Xiaomi 13 Ultra. Zu 100 Prozent. Das ist auch der Grund, warum ich überlege, zu tauschen hier sozusagen. Weil die Hauptkameras, oder alle Kameras auf der Rückseite sind einfach mega geil, was Fotos angeht. Die Frontkamera ist, was Fotos angeht, okay. Und hier seht ihr mal kurz das Selfie-Video, was ich gedreht habe. Und da sage ich noch ein paar Infos, die ihr vielleicht noch nicht wisst. So, mit dem Xiaomi 13 Ultra habt ihr maximal eine Auflösung bei Videos von 1080p, 60fps. Leider Gott, das ist bei der Frontkamera. Bei der Rückkamera, also bei der Hauptkamera meine ich natürlich 8K. Da, seht ihr die Sprengleranlage eigentlich. Ist ein bisschen schwer zu erkennen. Außerdem hört ihr gerade auch die Qualität der internen Mikrofone. Leider Gott ist kein 4K möglich bei der Frontkamera. Das sehen wir dann beim Xiaomi Civi 3. Oder haben wir in China gesehen, ob das Gerät hier mal zu uns kommen wird. Weiß ja man ja noch nicht, steht noch ein bisschen Stern. Wenn wir schon dabei sind, kann ich euch auch gleich nochmal im direkten Vergleich die Videoqualität von der Hauptkamera zeigen. Hier in 4K 30, geht maximal auf 8K, 24fps. Aber da meine Videos irgendwo maximal 4K sind, dachte ich, zeige ich euch mal 4K 30 in einem direkten Vergleich. Da sehen die Farben natürlich auf jeden Fall schon mal viel schöner aus. Und den Rest seht ihr, glaube ich, auch ganz gut. 4K 30, so allgemein, Videos sind mit dem Xiaomi 13 Ultra jetzt nicht die allerbeste Disziplin. Aber Fotos viel, 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 viel besser. Gut, das zur Frontkamera. Kommen wir jetzt mal zu den Hauptkameras, nenne ich sie einfach mal. Weil ich finde, jede Kamera auf der Rückseite ist für sich eine Hauptkamera. Man kann auch jede Kamera benutzen, um 8K-Videos übrigens zu drehen. Nicht nur mit der Hauptkamera an sich, mit der Weißlingelkamera, sondern mit allen Kameras kann man 8K-Videos aufnehmen, wenn man denn möchte. Dennoch würde ich sagen, dass dieses Smartphone kein Video-Smartphone ist oder nicht für Videos gedacht ist so richtig, vielleicht sogar geeignet schon. Aber ja, es gibt da auch bessere, auch vor allem in der Preisregion gibt es, was Videos angeht, bessere Smartphones. Aber was Fotos angeht, da spielt es krass oben in der Liga auf jeden Fall mit. Und für mich gehören die Porträtaufnahmen hier zu den Besten. Ich weiß, ich weiß, Google-Smartphones sind super und so und die machen das auch toll. Aber mir gefällt, vielleicht liegt es auch an dem Leica-Branding oder an dem, was Leica da mitgemacht hat. Wobei ich auch nicht so ein Riesenfan bin von diesen zwei Farbprofilen oder wie man es nennen möchte, oder Profilen, Vibrant und Authentic. Dann bin ich eher Fan von Authentic als noch von Vibrant. Vibrant ist mir dann vielleicht ein bisschen zugesättigt. Authentic ist so ein bisschen authentischer für mich, wie der Name schon sagt. Aber wollen wir gar nicht noch um den heißen Brei reden. Ihr wisst vielleicht noch gar nicht, was hier drin verbaut ist. Wir haben hier eine 1-Zoll-Hauptkamera, also eine Weitwinkelkamera mit 50 Megapixel. Insgesamt haben wir vier 50 Megapixel-Kameras hier. Wir haben nämlich auch noch ein Weitwinkelobjektiv mit, wie gesagt, 50 Megapixel, 122 Grad Sichtfeld, f1.8. Wir haben ein Teleobjektiv und nicht nur eins, sondern wir haben zwei Teleobjektive, beide mit 50 Megapixeln, wie erwähnt. Einmal mit einem 3,2 optischen Zoom und einmal mit einem fünffachen optischen Zoom. Wir haben dreimal den Sony IMX 858 Sensor und einmal als Hauptkamera den Sony IMX 989 Sensor. Und dieser Sony IMX 989 Sensor hat nicht nur eine optische Bildstabilisierung auch noch natürlich mit an Bord und Autofokus etc. ist klar, sondern aber auch noch eine variable Blende. Eventuell habe ich jetzt hier noch es geschafft, einen schnellen B-Roll-Aufnehmer davon zu machen und euch jetzt hier einzublenden. Ihr könnt switchen zwischen zwei Blendeneinheiten aber nur. Also einmal zwischen f1.8 und f4.0. Das heißt, bei f1.8 habt ihr mehr Tiefenunschärfe, bei f4.0 weniger Tiefenunschärfe. Und das ist einfach wirklich perfekt. Das gab es auch schon früher bei anderen Smartphones. Ich weiß hier und da, aber es hätte eigentlich schon Standard werden sollen, weil eben Smartphones auch jedes Jahr neu drinbleiben sollen, weil man hat ja einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, viel, viel mehr Spiel, auch was Videoaufnahmen angeht, wenn man mit f1.8 und f4.0 spielt. Es wäre natürlich schön, wenn man auch dazwischen noch wählen könnte. Hier sind leider Gottes nur zwei feste Variable Blenden, aber immerhin haben wir eine Variable Blende und das lohnt sich auf jeden Fall und macht auf jeden Fall auch Spaß. Wie gesagt, auch bei den Videos. Also von daher sind die Videos ja auch gar nicht so schlecht. Ich habe die vorhin bleiblich ein bisschen schlechter gemacht, als sie eigentlich sind. Zum Thema Kameras sei noch gesagt, dass die Kamera-App eigentlich sozusagen explodiert von verschiedenen Kamerafunktionen. Auch im Portrait-Modus könnt ihr nicht nur natürlich die Tiefenunschärfe variabel einstellen, sondern ihr habt dann auch noch Dokumentation. Das ist quasi 35mm, 50mm, Portrait-Modus, 75mm oder Weichzeichner und alle anderen möglichen Einstellungen, die es noch so gibt. Ihr könnt auch auf Ganzkörper gehen, damit ihr nicht so krass rangezoomt wird bei den Portrait-Aufnahmen. Und der Ausschnitt ist bei den Portrait-Aufnahmen einfach, ey, es gibt nichts Besseres für mich selber. Und ich, ein Kommentar ging mir mal irgendwann mal auf den Keks, um ehrlich zu sein. Da hatte ich gesagt, ja, ich habe wunderschöne Bilder, müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Ich kann sie euch nicht zeigen, weil da meine Tochter drauf ist. Und da gab es auch irgendwie einen Kommentar von wegen, ja, das ist doch jetzt, das Smartphone sollst du doch testen und so. Und dann solltest du uns doch auch die Fotos zeigen. Und wieso hast du denn deine Tochter dann fotografiert oder sowas nach dem Motto, ne? Und ich weiß auch nicht mit 200 Prozent, was da geschrieben wurde. Aber genauso ist es jetzt halt wieder. Ich selber persönlich würde sagen, die besten Fotos, die ich jetzt gerade davon habe, kann ich euch gar nicht zeigen, weil da meine Tochter drauf ist und ich will sie auch nicht verpixeln oder irgendwie sowas. Dann sieht das Foto gar nicht mehr so geil aus, wie es eigentlich aussieht. Aber vor allem als Point-and-Shoot-Kamera ist die genial. Ihr könnt auch zweimal auf die Lautstärke-Leistertaste drücken, wenn das Smartphone aus ist. Und zack, startet sofort die Kamera. Und sofort ist hier unten dann auch der Fast-Shot-Modus aktiviert. Ihr könnt es ja, glaube ich, hier lesen. Und könnt dann sofort abknipsen. Und es werden scharfe, tolle Bilder. Und selbst in diesem Fast-Shot-Modus, sondern im Normal-Modus halt, das habe ich meistens gemacht. Mein Kind ist auf mich losgerannt und ich habe im Porträt-Modus einfach bam, 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 vorgeschossen. Und jedes Foto war scharf. Sie war die ganze Zeit scharf. Und auch die ganzen Emotionen waren dann durch richtig gut sichtbar. Mal hat sie gelacht beim Rennen, dann wieder nicht. Und dann konnte man das schönste Foto auswählen. Es sah aus oder sieht aus wie von einer Profikamera, wirklich. Insgesamt ist es ein sehr interessantes Smartphone. Ich gucke mal ganz kurz, ob hier noch irgendwas Wichtiges drin steht in meinen Notizen. IP68-Schutz habt ihr hier auch noch für diejenigen, die einen Wasserschutz oder einen zertifizierten Wasserschutz haben möchten. Es gibt nur einen Kritikpunkt eigentlich, der mich so ein bisschen in die zwei, die mich halt so ein bisschen steuern. Habt ihr jetzt schon gemerkt? Ich muss trotzdem kurz zusammenfassen. Die Frontkamera könnte wirklich besser sein. 4K endlich. Ich freue mich auf das Xiaomi CV3, wenn es dann hier global zu uns kommt. Wahrscheinlich unter einem anderen Namen oder unter einem Redmi- oder Poco-Label. Da haben wir endlich 4K-Aufnahmen bei der Frontkamera, aber es ist halt auch kein super geiles, krasses, teures Flaggschiff. Hier hätte ich 4K gerne gesehen. Ich finde es cool, dass die USB-C 3.2 endlich haben. Aber ich finde es sehr, sehr, sehr schade, dass wir hier, wie gesagt, kein 4K bei der Frontkamera haben und dass die Update-Politik immer noch nicht sicher ist und es jetzt nicht von Xiaomi gesagt wird und auch nicht so kommt. Ja, drei, vier, fünf Jahre große Updates und dann am besten noch vier, fünf, sechs, sieben Jahre Sicherheitsupdate wenigstens. Weil wenn man so viel Geld ausgibt, dann möchte man das ja auch ein paar Jahre haben und dann wenigstens bei solchen Modellen will ich dann die Update-Politik Sicherheits sozusagen haben und auch viele Jahre. Achso, ansonsten haben wir auch noch oder eine Unterstützung von WiFi 7 für diejenigen, die schon WiFi 7-Route haben. Ich habe jetzt endlich, endlich jetzt erst eine WiFi 6-Route, die ich auch noch erst noch anschließen muss. Super geiles Smartphone. Dennoch spielt es noch nicht perfekt ganz oben mit. 1.300 Euro und dann ist es auch schon sehr, sehr, sehr viel Geld und aber dann ja, passt der Preis vielleicht noch ein bisschen besser. Naja, wir können jetzt noch stundenlang darüber philosophieren. Da haben wir alle keinen Einfluss dran. Wenn Xiaomi gerade zuschaut, macht alles günstiger. Und in diesem Sinne, das war das Wort zum Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, wann auch immer ihr das Video guckt. Macht's gut.